Steam in 60 Sekunden. Steam ist eine Distributed Computing Plattform, zumindest würde ich sie da einordnen. Die übliche Abkürzung für Steam ist Steam und Steam gibt es seit dem Jahr 2016. Was ist das Besondere an Steam? Steam ist ein dezentraler Speicher für Inhalte und bildet damit die Grundlage für das soziale Netzwerk SteamIt. Das ist so ähnlich aufgebaut wie Reddit, das heißt Nutzer können hier Texte, Bilder, Links und Videos posten und dann die Postings anderer Nutzer hochvoten. All das wird dann dezentral in der Steam Blockchain gespeichert, wobei für die Transaktionen dort selbst keine Gebühren anfallen. Die Währung Steam wird vielmehr dazu verwendet, dass die Nutzer untereinander ihre Inhalte bewerten können. Dazu gibt es dann auch noch zwei weitere Währungen, nämlich Steam Dollar und Steam Power. Aktuell, also mit Stand Dezember 2017, sind ungefähr 263 Millionen Steam im Umlauf. Die Blockzeit beträgt etwa drei Sekunden und als Hashing-Algorithmus wird SHA-256 verwendet. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Das war Steam in 60 Sekunden. Für weitere Videos abonniert gerne den Kanal, lasst auch einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat und teilt es mit euren Freunden. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao. Bis dahin, bis dahin, bis dahin.